Super peinlich, ich habe mir ein Karaoke-Mikro andrehen lassen. Und es funktioniert tatsächlich nicht. Nun muss ich den Text so drüber sprechen. So, herzlich willkommen wieder bei meinem Diary. Also, mein Beitrag heute sind die 90er. Ich bin auf einer 90er-Jahre-Party. Und was war in den 90ern? Und in, wie ihr seht, ich habe mich heute auch 90s gestylt. In war auf jeden Fall Girl-Groups, Boy-Groups, metrosexuelle Typen, Hip-Hop, R'n'B, Techno, dünn gezupfte Augenbrauen, Zöpfe, Plateauschuhe. Ja, und nun gehen wir rein. Ja, und nun gehen wir rein. Also, das war es von der 90er-Jahre-Party. Ich war leicht ein bisschen enttäuscht, weil ich durfte nicht mehrere Aufnahmen hier machen in dem Laden. Aber es ist auch nicht schlimm. Alles mega cool. Alles gut, alles gut, mega cool. Sie war in Ordnung. Sie war spitze, sie war gut, sie war mega. Ja, aber sag mir doch mal was über die 90er. Was erinnert dich an die 90er? Ja, was denn? Snap. I've got the power, etc. Alles andere. Mega. Cool. Nein, es geht hin. Oh, effects. Und k Portugal. Auf den Weg weiter. Düster2. Das war geschenkt. Ja. Herman, her. Das war. Ver motive.